Tja, okay, nächste Programmvorschau, es geht hier nur um einen Beitrag von Boris Reitschuster. A, gibt es dann ein paar Szenen aus der Pressekonferenz und B, dann hier ein interessanter Brief. Und ja, das könnt ihr dann schauen bei VK Blitzschut und auch neuerdings bei Odyssee und Rumble, die sich den Trailer bei Venus TV aufrufen, entsprechenden Link kopieren in die Browserzeile. Ab damit, ja, und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.